Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rom-Tot No.2 mit Makedonien und wir werden jetzt, ähm, ja, äh, Pergamon ist das, äh, aus der Stadt vertreiben. Wird, äh, relativ schwer. Also, wenn wir es schnell schaffen, ähm, die, also ein Tor zu, ähm, zu erreichen, dann dürfte, dürften wir keine Probleme haben. Weil, ja, äh, Ausstellung starten, bitte. So. Ja. Ja, wir müssen hier anfangen. Weil, äh, ja, hier ist halt das Haupttor. Gut. Äh, nein. So. Wow. Äh. Das war gerade, äh, unpraktisch. So. Jetzt halt. Gut, ich, ich, äh, hole mal schon mal alle hierher. Äh, so. Hm. Die Pekinire mag ich halt wirklich nicht, äh, dass sie irgendwie auf die Mauer gehen. Nehmt eure Positionen ein. Nahkampf, Truppen. Und vier von denen reichen völlig aus. Nahkampf, Infanterie. So. Steinsläuterer. Wie Kieken. General. Und die Kappelerin muss halt. Schwerter. Ja. Riga, Makedonien. Diese Mauern sind wie die ganzen Wehrer, die sie dahinter verstecken. Es nähert sich feindlicher Unterstützung. Diese Männer sind wie ein Kalä. Wie in ihre Mauern. Die Kappelerin muss halt rein. Und 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 die Kappelerin muss halt rein. Genau wie unser Mut. Der Andriff, der Flüchtling geradeaus. Das ist zu meinem Glück, der mit der Atelier nicht. Das ist immer ziemlich ziemlich praktisch. Vor allem hier, er hat halt hier zwei Artilleries, nice. Ich will so schnell wie möglich versuchen, hier reinzukommen, aber wenn es mit dem Turm gut geht, könnte ich es sogar schaffen, bevor er kommt, weil er braucht halt ewig hier zu landen, vielleicht braucht er ewig da zu landen, aber es könnte rein theoretisch, ganz rein theoretisch klappen. Uh, den haben sie sogar bis 35% runtergehauen. Ich gehe mal runter. Autsch, das habe ich nicht gecheckt. Schwerter, Ruhm für Makedonien. Schwerter, doppelte Gewinnigkeit. Ich erwarte eure Befehle. Schwerter, Ruhm für Makedonien. Schwerter, Ruhm für Makedonien. Schwerter, Ruhm für Makedonien. Ah, genau 40. Krass. Schwerter, Ruhm für Makedonien. gut das ging jetzt schnell das war ein das ist dann schicke ich die zwei kravellerie einheiten hier vor damit sie schon mal den turm einnehmen wir haben die tore eingenommen unser general wird angegriffen die so angeschlagen so hat er landet jetzt auf jeden fall schon mit 246 18 ist das schon gelandet denn da können wir auch einnehmen oder zumindest deaktivieren die aktivieren nicht mal Ja ne, das geht nicht. Okay... Da kommen schon die ersten. Die sind aber... Ferienkammer, ne? Für die Köpfer des Olympens! Enthalt! Oha! Der ist ja frech. Ferienkammer, ne? Das machst du jetzt nicht, ne? Das ist ja alles Fernkammer. Bereit loszureißen! Fezalische Kavalerie! Gezahlen in Reiterei! Kleine Panzer pekiniere! Geschosse bereit zum Einsatz! Schnell! Schwere Kavalerie bereit und fähig! Und jetzt! Die Schöne! Die Schöne! Eine Kavalerie! Zurück du! Dein Recht zum Einsatz! Schwere Kavalerie zu eurem Dienst! Die Schöne! Auf Melje! Schock Kavalerie bereit! Da kommen die ersten. Ablieten! Sooooooo.... Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Geschosse bereit zum Einsatz. Position halten. Die Makedonier sind bereit. Stoppete Geschwindigkeit. Die Zahle sind bereit. Die Zahle sind bereit. Die Zahle sind bereit. So bitte hier rein. Und alle Kavallerieeinheiten wieder rein. Wobei die beiden können wir noch kicken. Steinschleuderer! Die Zahle ist die Kavallerie. So. Die Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Ja. Goodbye würde ich sagen. Bleib im Panzer beginnieren. Gehen. Gehen. Wir erwarten eure Befehle. Kein Recher. General. Gehen. 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 Ich schaue mal. Gehen. Die Kavalerie, doppelte Geschwindigkeit. Aber der Rest, äh, ja, der Rest passt. Geh jetzt, äh, schieß nicht auf uns. Ähm. Ja, noch 10 Sekunden. So. Selbst wenn, also einnehmen wird er das, äh, knapp. Einnehmen wird er das sicher nicht. Ähm, ja, hier schon, äh, getötet hat er 122 und ich hab fast 500 verloren. Das ist halt, ja, die Türme. Die Türme sind richtig heftig. Aber jetzt gehört, hört uns Anti auch hier. Und, äh, das passt. Gut. Äh, hier habe ich auch niemand verloren, was super ist. Äh, warte, weil, ja, äh, Kommandant. Ja. Ähm, Geheimaktion, Kultur, Kultur, Moral. Machen wir Moral. Anhangens, viel seltener. Schoss auf Kinder bekommt. Der ist ja 35, der, äh, der muss Kinder bekommen. So. Dann du bist jetzt auch, äh, freshie, oder? Oder frei, ja. Dann gehst du mal hier rein. Du, äh, bist jetzt auch frei. Du bekommst jetzt, äh, ja, auch, äh, Nachtgefecht. Und hier nochmal das da. Hingabe. Geheimaktion und ausweichen. Ja, das, das bringt dir eigentlich nichts. Aber, das ist egal. So, du. Ähm, eigentlich genau dasselbe. Warte mal. Äh, äh, 58, 80, 80, 80, 80, 80. Ich mache Nachteingriffe, aber, ja, ich weiß nicht, ob es selbst. Ja, doch. Ich mach es mal selbst. Ähm, weil so, bei Nacht so eine Stadt zu stürmen ist bestimmt auch lustig. Schnee. Okay, ähm, ja komm. Also, an sich ist, äh, Schnee nicht ganz so, äh, perfekt. Weil dann, äh, brauchen die Jungs, äh, länger, um sich zu erholen. Aber, eke. Gut, also. An sich, äh, ja. An sich, äh, ja. An sich, äh, an sich ist hier schon eine coole Position. Auch wenn ich auch gerne, ich hier am Strand, äh, das Ei nehme. An sich, äh, wir sind da nur einer. An sich, äh, lasst mir. An sich, äh, da, man Guillermo, der Kinn, der Kinn, der Kinn, der Kinn, der Kinn, der Kinn. Allt mal ihr, zum Beispiel. Ah, wo ist jetzt der Turm da? An sich, äh, alle, drei, zwei, drei, 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 zwei, drei, drei, drei. Also, die beiden Türme kommen hier rein. geschwindigkeit 70 prozent die kommen dahin und die rollen dann dahin so die horn mal ihre brandpfeile rein die gehen hierhin die immer hier in der scoutet mal da damit ich sehe ob die von da kommen oder nicht der hatte eine einheit und das ist zum beispiel richtig krass weil moral ist da wird halt die moral extrem gepusht dann wagemut ist auch richtig cool erhöht nahkampfangriff und abwehr nur verfügbar bei einheiten unter 40 prozent ist halt auch cool und ja die beiden kennt ihr dann starten wir mal genau so die haben sich mal hierhin und ballern mal darunter du schaust mal hierhin und ihr geht mal dahin du gehst mal dahin soll hier ist der skorpion bastei ist gar gar nicht so schlimm jetzt geht der doch durch den wald naja naja es passt schon so hier unten sind ist was weiß ich nicht habe ich nicht gesehen ja wahrscheinlich auch obliegen okay da kommt schon die erste königlichen ersten königlichen feldtasten dahin hatte erschießt der jetzt auf die und der geschoss oder werfen die dann gehe ich hier nochmal zurück und warte bis die hier beschmissen werden dann kann ich auch weiter vor und der da wird immer noch beschmissen wahrscheinlich einfach von einem dude und das ist echt nicht nicht schlimm gut ich warte mal bis die eben wirklich den angreifen find ich auch richtig cool dass man hier die schüsse nicht wirklich sieht weil es ist halt wenn es nacht ist kann man nicht wirklich sehen also die die brandgeschoss ist erstmal schon ein bisschen aber ja auch nicht wirklich hier sind jetzt fängt der an zu hier zu schießen das ist mir ja egal so hier geht es schon mal raus ja der ende ist es ja 45 prozent geht noch aber wird schon fraglich ob der es schafft so hier ist es ganz gut hier ist bürgerwehr wir erwarten neue Befehle die gehen nicht da runter sondern ich versuche den Turm wirklich zu bekommen ok wir können jetzt aufhören wir können jetzt die wir können jetzt noch mehr die 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 m die 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 So, ich muss versuchen, so schnell wie möglich hier das Ganze zu beenden. Hier kommen ja schon die Neuen. Wie ihr befehlst! Wir erwarten eure Befehle! Die wäre von runter, ne? Ja, sehr gut. So, gut. Also... Alle in Position. Ja, diese Speerwerfer hier, die sind echt toxik. Aber hey, jetzt bekomme ich den Turm. Äh, das Tor. Boah. Doch nicht, weil der hier mit einem Mann steht, ne? Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ne, okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verkauft. Und jetzt einen normalen Schuss. Ich hab alle ausgewählt, ne? Steinerschuss, ja. Okay. Ja, komm mal, komm mal, macht schon. Gut, das ist gut. Wir erwarten eure Befehle! Da, die... Ja, das ist gut. Dich? Verdammt. Hier kommen die Peltas, ne? st für mich nicht sehr erholt die jetzt alle also er geht die drei sie bekommen ich will den in den Prozent das Tor nicht weil die jetzt hier hier hochgehen shoot okay die banken schon hm warte ich ich kann mal probieren der ist nicht im Bereich shoot Klappe halten mhm 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 schlacht wendet sich zu uns mhm 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 Durchbrecht die Lieder! Da kommt Infanterie bereit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schrecklicher Armeckung! Geschossen könnte sie zu euren Dienst! Wir erwarten eure Befehle! Schnell vorrücken! Da bitte Geschwindigkeit! Ich muss schauen, dass ich schnell den... ...dass ich schnell den Dude hier erwische. Also den da, genau, damit ich hier jetzt... ...eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Schwerter! Verstückelt sie! Ich erwarte eure Befehle! Na, Kampf Infanterie bereit! Zu euren Diensten! Wir haben die Tore eingenommen! Sehr schön! Jetzt kommt die Kavallerie rein! Leitend Panzer Pekinine! Leitend Panzer Pekinine! Komm mit der Geschwindigkeit! Zu Befehl! Alle Befehle! Ha! So! Super! Leitend Panzer Pekinine! Das ist eine Einheit! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht! Befehl! Also... Ah so! Ah, ja okay! Das da ist eh... ... Film General... Ah, nein! Ok, alles klar. Okay, hier ist halt mal ein Scouts. Da bitte die Geschwindigkeit. Und schaut mal... ...was so hier kreucht und fleucht. unser General wird angekündigt von wem denn? von irgendwelchen Fernkämpfern wahrscheinlich hier hinten von wem wirst du angegriffen? du wirst halt nicht angegriffen, du Idiot ich bin glücklich, die Freienreißerei so wahrscheinlich hat er seine ganze Armee hier aufgebaut ich bin glücklich, dem Volk zu dienen es reicht erstmal, wenn ihr da hochgeht, dann sehe ich was los ist ich muss er jetzt nur seinen blöden General finden hallo ich glaube, das machen die die Kabellarie macht es so ich glaube, der hat zwölf die eine Kabellarie Einheit noch ich glaube, das geht So. ja ja so als verluste fast 500 und ja okay also die türme waren dieses mal nicht so gut aber der da also die politik habe ich voll verloren die anderen gingen super der ist halt auch 2 62 jahre alt gut ja hier die die schwertkämpfer gut der muss hier bleiben der kümmert sich jetzt mal darum also nicht so ohne du kümmerst dich jetzt mal um den da einmal stehlen einmal fehlleitung einmal agenten umsturz wie gut ist der denn der hat nur 34 und meine 23 wir haben schon wieder überzogen danke fürs zuschauen ich hoffe euch hat es gefallen das machen wir in der nächste Runde und ja bis dann was Bis zum nächsten Mal.